Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man seinen Stromanbieter über Check24 ganz einfach und sicher wechseln kann, um jährlich einfach bis zu mehreren 100 Euro einzusparen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal klicke ich unter dem Video am besten in der Videobeschreibung einmal auf den entsprechenden Link, dann komme ich nämlich auch schon direkt zur Tarifwechselseite von Check24. Und hier kann ich jetzt auch einmal meine entsprechende Postleitzahl eingeben und anschließend hier meinen jährlichen Verbrauch. Wenn du diesen nicht hast, der steht normalerweise bei dir auf deiner letzten Stromabrechnung, dann kannst du hier drüben auch einmal auswählen, wie viele Personen bei dir im Haushalt wohnen und auf der rechten Seite wird dann so ein durchschnittlicher Wert genommen. Bei mir stimmt diese auch relativ nahe überein, weswegen ich hier rechts einmal auf Vergleichen klicke. Nun werden uns hier unten drunter schon ein paar Tarife angezeigt, doch zuerst schauen wir uns mal noch hier oben die voreingestellten Filter etwas genauer an. Diese würde ich auf jeden Fall erst einmal lassen, da sie schon relativ verbraucherschutzfreundlich gehandhabt sind. Das Einzige, was ich persönlich immer relativ gerne abändere, ist hierbei nur Ökostrom den Haken bei Ja zu machen, denn das sind meistens eh die günstigsten Anbieter. Da ich jährlich meinen Stromtarif wechsle, um einfach jedes Jahr den Neukundenbonus zu erhalten, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, habe ich hier auch den Sofortbonus und Boni bis 15% mal mit eingerechnet. Wenn ich jetzt aber nur hier bin und meinen Tarif einmalig wechseln möchte und für die nächsten Jahre nicht mehr, dann solltest du diesen Bonus auf jeden Fall auf Nein ausblenden. Doch bei mir, wie gesagt, möchte ich diesen natürlich mit einberechnet haben. Wenn wir auf der Seite jetzt noch etwas weiter nach unten gehen, können wir hier mal unseren Grundversorgungstarif sehen und dieser wird jetzt auch mit den anderen Tarifen immer preislich verglichen. Noch als Hinweis, falls bei deinem Wechsel irgendwie im allerallerschlimmsten Fall mal etwas schief gehen sollte, was ich wirklich noch nie erlebt habe, dann wirst du automatisch in diesen Grundversorgungstarif eingestuft. Bedeutet einfach, du hast immer Strom zu Hause, du wirst nie im Dunkeln sitzen und aus diesen kommst du auch wieder alle zwei Wochen raus, weswegen so ein Wechsel auch wirklich so risikolos wie nur möglich ist. Jetzt aber genug geredet und wir schauen uns einmal die entsprechenden Tarife an. Dann über diese ersten zwei Tarife hier würde ich persönlich immer drüber springen, dass es sich hier um Werbeanzeigen handelt und diese natürlich dann auch nicht am besten für dich geeignet sind. Und ab diesem hier, also da vorne steht auch immer die 1, wird es dann wirklich einmal interessant für uns. Ich persönlich achte immer darauf, dass der Anbieter natürlich relativ günstig ist. Also hier sieht man es ja vorne recht gut und es sollte aber auch ein Tarif sein, bei dem relativ viele Kunden vor mir schon zufrieden waren. Hier haben wir gar keine Kundenbewertung, weswegen es sich wahrscheinlich um einen neuen Tarif handelt. Hier möchte ich erstmal etwas Abstand halten, hier kann man schon sehen, 277 Bewertungen schon etwas besser und hier 8500. 8500, also das scheint auch derselbe Anbieter zu sein, genau, Marke der Eon Energie. Doch, wenn ich hier mal noch draufklicke, fällt mir auch sofort auf, okay, hier das Verhältnis unten, der 1 Sterne Bewertungsbalken ist doch relativ weit drüben. Also hier scheint auch ab und zu mal etwas nicht so ganz hinzuhauen, weswegen ich mal noch etwas weiter nach unten schaue. Und wir kommen zu Wattenfall. 22.000 Kundenbewertungen, Sterne schauen auch schon mal relativ gut aus und hier ist auch auf jeden Fall das Verhältnis von den 5 Sterne, 4 Sterne und vor allem auch die 1 Sterne Bewertungen deutlich besser als hier bei meinem Eon Anbieter oben. Weswegen ich mich jetzt auch auf jeden Fall für diesen Anbieter entscheide. Wenn du natürlich hier noch etwas genauer schauen möchtest, kannst du auch noch hier bei den Preisdetails einmal draufklicken oder bei den Tarifdetails. Doch wie gesagt, hier bekommst du mit der Zeit auch ein relativ gutes Gefühl, welche Anbieter wirklich gut sind und welche man doch eher etwas meinen sollte. Aber jetzt gehe ich erst einmal auf Weiter. Auf der nächsten Seite gehe ich ebenfalls auf Weiter und jetzt muss ich mal noch meine ganzen persönlichen Daten hier eintragen. Und falls man sich übrigens irgendwo unsicher sein sollte, dann hilft das Fragezeichen hier auf der rechten Seite auch immer relativ gut weiter. Doch jetzt tragen wir erst einmal alles ein. Wenn alles richtig ausgefüllt worden ist, klicke ich hier unten mal auf Weiter und jetzt muss ich nämlich noch meinen Zählernummer, den derzeitigen Stromanbieter und vor allem auch die aktuelle Kundennummer bzw. Vertragskontonnummer von meinen jetzigen Anbieter eintragen. Diese Daten findest du normalerweise auf deiner letzten Stromrechnung. Ich habe meinen derzeitigen Anbieter noch nicht gekündigt, weswegen ich einfach sage, nein, das soll bitte mein neuer Anbieter für mich übernehmen und der gewünschte Lieferbeginn soll natürlich auch bei mir jetzt schnellstmöglich sein, weswegen ich wieder auf Weiter klicken kann. Als nächsten Schritt müssen wir unsere Zahlungsart bzw. die Bankdaten eingeben. Ich mache das Ganze mal per Lastschrift, ist für mich am leichtesten. Die IBAN hier unten einfach mal eingeben. Kontoinhaber ist derselbe, das passt soweit und dann muss ich natürlich auch noch zum SEPA Lastschriftverfahren meine Einwilligung erteilen. Hier also den Haken setzen und erneut auf Weiter gehen. Nun kann ich im letzten Schritt hier unten mal noch meine angegebenen Daten überprüfen und zum Schluss natürlich hier auf Kauf abschließen klicken. Wenn ich das gemacht habe, wird nämlich der Wechsel auch schon erfolgreich beantragt sein und in den nächsten Tagen wirst du dann entweder per Post oder per E-Mail eine Vertragsbestätigung von deinem neuen Anbieter und vor allem auch eine Kündigungsbestätigung von deinem alten Versorger erhalten. Noch als Tipp, dein Vertrag hat jetzt normalerweise eine Kündigungsfrist von genau sechs Wochen und diese sechs Wochen möchten wir nächstes Jahr natürlich auf gar keinen Fall überschreiten. Aus diesem Grund mache ich mir immer in meinem Kalender einen Termin und zwar genau drei Monate bevor der Vertrag ausläuft. Bedeutet, wenn ich am 1.9.2020 den Vertrag abgeschlossen habe, dann setze ich mir den Termin am 1.6.2021 und hier schreibe ich dann zum Beispiel rein Stromtarif wechseln, speichere mir das Ganze ab. Du kannst natürlich dann nächstes Jahr auch einfach wieder mein Video anschauen, falls du irgendwelche Schritte schon vergessen hast und somit haben wir jetzt unseren Stromtarif bzw. Anbieter auch schon richtig gewechselt und können es jährlich machen, da wir natürlich den Termin jetzt auch nicht vergessen werden. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.